Hallo Curry. Hallo Sir. Ah, der Patrick, der logen halt wieder oben. Patrick, Patrick. Ja, ihr habt mich ausgeschlossen. Was ist das für eine Kameradschaft, Leute? Ja, wir hatten noch was zu erledigen. Wir müssen nach Downtown Curry. Kenne ich doch. Downtown, was wollen wir denn da? Ich würde sie ja noch einen Job annehmen, warte mal. Ach so, Patrick. Ja, was denn? Wir müssen erst raus. Geht's dir gut? Ja, ich kletter gerade auf der Yacht von Dennis rum. Ach so. Hey, Helikopter starten. Alles klar. Was eine Aussicht. Ich starte die Rotoren. Ab in den Helikopter. Ja, ja, ich komm schon. Jeder, der in den Helikopter einsteigt und nicht uns gehört, töten. Können wir nicht. So. So. Weil die Abwehrgeschützer aktiviert sind. Okay. Habt ihr einen anderen Helikopter oder wo seid ihr? Ach so. Patrick. Das tut mir aber leid. Willst du unbedingt fliegen? Wir haben unsere Rollenverteilung abgemacht. Hast du gesehen, dass einer gerade von oben runter gesprungen hat? Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank. Ab rein da jetzt. Was denn hier los? Die können gar nicht einsteigen. Ja, so ist das nun mal. Okay, start die Engines. Tschüss, Freunde. Na ja, da muss man schon Bodyguard sein oder halt VIP. Ja, so sieht's aus. So, dann lass mal fliegen. Was machen wir denn heute? Ja, also liebe... Hä? Oh, was war das denn? Hä? Was ist das denn? Leute. Hä, was war das denn jetzt? Von wegen Rollenverteilung ist so. Hä, das war ich nicht. Aussteigen. Fische. Ja. Das war ich nicht, Patrick. Ja, natürlich. Toll. Das ist aber ein Gehalts... 6 Millionen Euro Helikopter. 3 Millionen Dollar Helikopter. Das wird vom Gehalt abgezogen, oder? Ich war das nicht, Sir. Ich konnte da nicht... Das wird trotzdem vom Gehalt abgezogen. Okay, kommt, egal. Wir brauchen die Karre da vorne. Natürlich. Oh, Mann. Immer kriegt man die Schuld für alles. Was ist das denn? Ab, ansteuer, Curry. Oder Patrick. Ja, Chef. Abgeschlossen. Hä? Was ist hier los? Ich hab auch ein Auto. Weg da, Patrick, weg da! Weg da! Was war das denn? Kommt. Kommt. Ey, wo ist denn das Auto jetzt auf einmal her? Das stand da. Natürlich. Okay, abbauen. Triebstahl. Was weißt du schon? Aus dem Weg! Ja. Fahr, wir haben Leute hinter uns. Fahr doch, du Idiot. Wir wurden rausgeworfen. Angriffen! Es geht wieder, es geht wieder, Leute. Kommt rein, kommt rein. Aber das dauert nicht lang, bis wir wieder rausgeworfen werden. Go, 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 go. Jetzt ein Stück. Hauptsache, wir kommen weg von den Schweinepriestern. Oh, Mann. Sie klebt auf der Haube. Und das war's. Okay, wir müssen laufen. Sprit ist alle. Ich besorge uns irgendetwas. Go. Aber schön hier. Ja, toll, Patrick. Kann man einfach mal verweilen hier so. Wow. Während man beschossen wird. Das ist wunderschön. Okay, irgendwas müssen wir machen. Heli? Heli? Ja, besorg mal einen Helikopterkörig. Okay, wir müssen das bis hierhin verteidigen, Freunde. Das wisst ihr schon. Ja, go, hol den Helikopter. Okay. Jo. Gut. Ich wurde umgenietet. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo bin ich denn jetzt? Du tot? Nein, nein, nein. Ich bin noch safe. Okay, ich bin in einer Sicherung. Ich bin... Was? Oh! Helikopter kommt nicht. Ich hab ein Auto. Tut mir leid, Dragon Hunter. Ja, aber was ist das für ein Auto? Nicht, dass wir gleich wieder... Nicht, dass wir gleich wieder gezwungen werden, auszusteigen. Du weißt noch, wie es beim letzten Mal war. Ah, die Karre hängen fest. Ich kann nicht fahren. Alter! Ich hab das Zeitliche gesegnet. Ich hau jetzt ab. Chef, ich brauch ein Pflaster. Ähm, was macht der denn da? Ja, Spirill muss reichen, Kevin. Boah, Alter, der ballert mich mit der Minigun weg. Oh, hier oben. Der Minigun-Typen getötet. Patrick, hast du ein Auto? Achso, das ist ein Bodyguard. Stimmt, wir haben ja noch andere Bodyguards. Äh, Auto? Mr. Cherry hat uns ein Bodyguard, ey. Achso. Ja, ich hab ein Auto. Ich hab ein Auto. Go. Rein da. Nein! Dennis! Okay, ihr müsst mich nochmal abholen, ey. Wie oft nicht schon... Hier oben, hier oben, hier oben. Hier unten, Mann. Hold ihn, hold ihn, hold ihn. Was jetzt? Unten oder oben? Bleib stehen, bleib stehen. Sniper. Nein! Go, 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 go! Hab noch Dau, down, Mann. Oh, shit. Fahr, fahr, fahr. Patrick, Lightplunk. Ja, ich hab sie. Alter, da ist ein Sniper. Fahr weg hier. Oh, shit, Alter. Okay. Ach, du Scheiße, Mann. Komm ab. Wow. Oh, der verdreckt in die Arme. Alter! Oh, du musst hier weg. Was ein Move. Boah, Patrick, du hast es drauf. Aber auf dem Freeway und gib Gas. Ich geh bei Mühe, ich geh bei Mühe. Aber so spannend. Okay, ich würde sagen, wir sind safe, ne? Ja. Alles sicher. Okay, super, downtown. Stößchen! Stößchen, Champagner! Da warte, ich kümmer mich um die Cops noch. Stimmung! Dann können wir nämlich heute mal einen entspannten Tag haben, liebe Freunde. Ja, das ist ja cool. Entspannt, natürlich! Weil irgendwann haben wir ja auch mal Feierabend hier. Nee, nee. Wochenende. Weihnachten ist auch bald. Wow! Was ist passiert? Ja, das war mein Minden-Vanöver hier. Das war schön. Okay, ich gucke mich mal um die Aufträge, Leute. Wir müssen ja nicht wieder Geld in die Kassen spielen. Ach so, bist du pleite? Ah, nee, mal. Was haben wir? Sie sind pleite? Aber können Sie uns da noch bezahlen? Patrick? Wir haben beide eine achtköpfige Familie zu versorgen. Okay, zum Glück haben wir noch nichts unterschrieben, Patrick. Wir haben ein Symbol, liebe Leute. Hä, irgendwas? Ach so. Ja, aber ich habe meine Karte gar nicht gehört. Wir müssen in das Gebiet. Aber lasst uns erst mal bitte die Limousine mit der Panzerung abholen. Fangen wir gerade aus weiter? Ja. Navigier dich. Rechts. Ja, mach. Weiter geradeaus, genau. Die nächste runterfahren. Einfach ein bisschen durchabeln, aber wir werden verfolgt. Wir müssen nämlich das Gebiet halten, Leute. Was fällt der denn vor uns? Will jemand stressen oder was? Rauf da! Dann jetzt hier rechts oder was? Ja, 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 ja. Panzerglas hat der. Rechts, 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 geradeaus. Okay, alles klar. Doch kein Panzerglas. Jawohl, wir haben ihn. Nein, Mr. Chaui, geradeaus. Sehr guter, sehr guter Bodyguard. Ja, Mann, wir sind die Elite-Truppe. Den haben wir ausgebildet. Der, die nächste dann rechts. Okay, alles klar, Chef. Oh, alles klar, Partei. Fahr hier durch, fahrt durch, hier, wo der Eumel da lang läuft. Hier, fahr da durch, mach mal den Weg frei. Gib Gas, komm, du musst die Beine, nie so lange stehen bleiben. Jawohl. Oh, shit. Sehr guter Move. Und jetzt einfach treppen wir uns. Ja, toll. Jawohl. Den ist da vorne. Wir sind auf jeden Fall gut unterwegs. Alles gut, alles gut, Chef. Ich hab das alles unter Kontrolle. Ich hab das schon tausendmal gemacht. Oh, mein Gott. Ja, der Patrick kennt halt die Steichwege. Links, 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 links. Links, Patrick, links. Ja, ich weiß, wo links ist. Die Limousine steht hier. Stopp, 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 stopp. Wo steht sie? Mit, komm. Ach, da hinten. Durchfahren. Kommt. Willst du ans Geschütz oder so? Ja, ich gehe ans Geschütz. Kommt rein, alle. Go. Hat er Carlo. Okay. Wo willst du hin? Warte, warte. Warum ist der unsichtbar? Okay. Warte, wo ist Mr. Cherry? Da ist er, da ist er. Wir müssen auf ihn warten. Guck mal hier. Komm schon, Mr. Cherry. Ich glaube, der kann nicht mehr einsteigen. Geil, dann fahr zu dem, zu dem markierten Zone. Unter von diesem Parkplatz, Patrick. Go, 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 zu der markierten Zone. Ich muss mich aber navigieren. Ja, ist markiert. Links. Links. Die nächste dann rechts. Rechts. Können wir ihn haben, wie hier du, ja? Oh Mann, wir lassen uns der Cherry zurück. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Kurz stehen bleiben. Kurz stehen bleiben. Der kann nicht rein. Warte, warte, warte. Fahrt, 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 fahrt. Ah, ich stehe ohne Beschuss, fahrt. Noch mal rechts, noch mal rechts. Links. Über die Brücke, über die Brücke. Über die Brücke, über die Brücke. Nie stehen bleiben, nie stehen bleiben, Patrick. Ja, das Ding ist nicht so einfach zu fahren, das ist sehr schwer. Du musst das lernen. Ja, ich bin auch dabei. Ach du Scheiße, jetzt kommt auch noch ein Scheiß-Jet, wo kommt der denn jetzt her? Los, 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 los. Oh, Alter. Oh, mich hat er erwischt. Boah. Scheiße. Seid ihr tot? Ja. Nee. Wie soll man das überleben? Dezent übertrieben, Mama. Ja, toll. Jetzt sind wir angekommen im Untergrund hier, ne? Wo bist du? Ganz unten, Kevin. Wir sind ganz unter der Brücke, unser Zuhause. Ja, aber der Anzug ist noch. Ja, Hauptsache der Anzug ist da, ne? Wo seid ihr, wo seid ihr? Unter der Brücke. Ja, unter der Brücke. Ach, guck mal, der Chef läuft im Fluss. Ach du Scheiße. Okay, Leute, müssen zu dieser Markierung. Oh, ich steh nur wieder unter Beschuss. Was ist denn hier? Doch, mal das Aussehen. Falt. Falt die Richtung. Okay, ganz ehrlich. Ah, bin tot. Ich glaub, wir hätten uns nicht alle mit Gangs an Anlegern anlegen sollen. Was will der denn von uns jetzt hier? Oh, danke für das Auto. Leute, kommt rein. Nee, der, der, der Junge ist auf jeden Fall ein Hacker, weil du kannst sie nicht töten. Doch, ich hab den doch gerade. Ah, nee. Du kannst, ich zieh, ich zieh auf den und ich zieh ihm nichts ab. Leute, kommt rein hier. Wo seid ihr denn? Falt zu der Markierung. Ich bin tot. Wir sehen uns dort, Leute. Ich bin tot. Kommt zu der Markierung, okay? Ich bin tot, Chef. Chef! Chef! Was ist jetzt los? Komm, Chef. Danke, Chef. Danke. Oh Mann, ey. Alles muss man dir selber machen. Lassen Patrick zurück, aber scheiß drauf. Ja, wir fahren jetzt zu der Markierung. Patrick ist Ablenkungsmanöver. Ja, natürlich, wie immer. Hinter uns, Kater Carlo. Scheiße, Mann. Wie kann das nur sein? Das ist doch mein F***. Raus schießen, Curry. Ja, ich muss... Hier. Alter, das Auto ruhig. Alter, was ist das denn hier? Okay, wir sind gleich da, Curry. Da vorne ist es. Ich habe ihn, ich habe ihn, Chef. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Curry. Boah. Wo ist es? Ich brauche immer eine Ball, Real-Chef. Ah, shit, Mann. Wir haben den VR-Auftrag verloren. Was haben wir gemacht? Warum? Wir haben es nicht geschafft, den zu erreichen. Nur wegen denen da. Ich nehme den noch mal einen, warte. Okay, wir sind gerade safe, Chef. Moment. Moment. Ah, wir müssen hier... Rechts, Chef, rechts. Wow. Boah, das ist... Alter. Okay, Leute, das ist hier Krieg auf den Straßen von L.S. Boah. Patrick guckt einfach nur zu. Was? Was bist du für ein Partyguard? Ja, ist klar. Ihr habt dich doch im Stich gelassen. Drang Hunter Patrick. Manöver. Hau ab, Patrick, gib Gas. Okay, ich habe ihn. Wo bist du? Hey, was ist er mit mir? Ich stehe hier auf der Straße, Mann. Der Hioni ist da, verweck. Da, da hinten ist Kevin. Wir sind Feuerwehrwagen. Kollege, stopp, 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 stopp. Kollege. Nein. Oh, Alter. Oh, deswegen habe ich da nicht stehen bleiben. Wo ist dieser Hioni? Ach, der ist oben weg. Im Helikopter. Ne, der ist am Boden. Ne, aber wirklich im Helikopter. Oder am Boden. Warte, nehme ich mit, Jungs, hier. Ich habe kein Auto. Ach, sind andere VIPs. Ach doch, man kann Hioni aber töten. Okay. Wir sind hier drüben in dem Transporter. Ja. Hier. Mr. Cherry. Mr. Cherry. Ah, 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 ah. Ich stehe. Ah, ich stehe. Ah, der Hioni hat mich, glaube ich, schon hundertmal getötet. Ich bin wieder überrollt. Ich wurde überrollt. Boah, Alter, wie es in der Lobby abgeht. Zack. Okay, wir müssen hier weg. Das hat doch keinen Sinn. Diese VIPs sind doch krank. Boah, an mir ist gar nicht eine Rakete vorbeigeflogen. Ja, ich habe es gesehen. Von rechts, Alter. Wo, wo, wo? Ich weiß nicht von wo. Ich wurde unter Beschussstum. Ja, Hioni, der schaltet mich immer wieder aus. Ey, der ist so krass, der Typ. Oh, mein neuer Lohn beträgt 4.000 Dollar. Ja, ja, das geht immer hoch und runter. Ich glaube, der Chef kann sich nicht entscheiden. Aber Dennis, wird das denn von dir abgezogen, von deinem Konto? Nee, nee. Boah, das ist ja geil, ey. Habe ich bald voll viel Geld. Kann ich mir auch eine Yacht kaufen. Alter, ich bin schon wieder tot. Weißt du, wenn es brenzlig wird, lässt der Chef einen im Stich. So ist das. Ihr seid meine Bodyguards. Ja, ja. Wieso werden wir dich denn beschützen, wenn du immer wegrennst? Echt. Wo bist du denn schon wieder? Das Problem ist, dass wir jetzt auch andere VIPs in der Stadt haben, Leute. Ja, die Stadt ist auch nicht, ne? Wir brauchen eine Karre und müssen hier weg. Ich hole einen Heli. Diese Stadt ist zu klein für uns alle. Wir müssen zur Yacht wieder. Chef! Komm mit, Curry. Okay. Wir brauchen eine Karre. Okay. Rechts. Patrick. Patrick, komm hier. Ich hole einen Heli. Ja, das ist ein Cherry, meine ich. Da kommt jetzt ein Heli. Kommt mal zu mir. Ah! Oh! Wir müssen versuchen, in den Heli und dann ab zur Yacht. Ich bin tot. Wir müssen uns beilen. Weiter geht's, Curry. Komm, wir hauen ab hier. Ich schaff das nicht. Boah, das ist so krass, ey. Ich überlebe nicht. Der Yoni ist so krass. Wenn er einmal spawns, du kommst hier nicht mehr weg, ey. Ist das dein Heli, Patrick? Ach, das ist ein Polizeiheli. Hä? Wow! Alter. Wow! Nein! Oh, ich wollte doch mit mir Heli abhauen. Okay, wir müssen hier irgendwie wegrennen. Das wird zu viel. Das wird zu viel. Ja, aber wie willst du das denn machen? Die kommen dann hinterher. Nein, ich hau jetzt ab. Scheiß drauf. Ich hab ne Karre, Mann. Ich haue ab. Wir sehen uns bei der Yacht. Ja, wobei? Ich bin hinter dir. Wir müssen uns aufzeilen. Zusammen schaffen wir das nicht. Komm, 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 komm. Zwei Meter zurück. Alter, die dürfen jetzt nicht kommen. Wenn wir jetzt verkacken. Hier, Patrick, ich steh doch hier. Was machst du? Ja, ich bin gerade rüber gelaufen. Scheiß drauf. Alter, die kommen alle. Lasst mich zurück, Freunde. Lasst mich. Lasst sie zurück. Wo ist Curry? Da vorne. Ich werde mein Leben einsetzen. Lauf Curry. Ah, Sniper. Komm Curry, rein hier, rein hier. Rein, komm. Ja, was soll ich machen? Ja, komm. Okay, fahr, fahr, fahr. Jo. Nein. Was war das denn? Fahrt, Freunde. Ich schaue euch schon aus dem Himmel. Da ist sie, Mann. Wir lassen niemanden zurück. Du warst wie ein Bruder. Ja, ja. Da. Mr. Cherry. Alter, dieser hier. Fahrt doch einfach, ihr Spastis. Nein, geht's doch rein. Was ist denn los mit dem, Alter? Wow. Okay. Scheiß drauf. Polizeiwagen und go. Das ist so krass, Mann. Chef. Okay. Ich bin hier unten. Nein, das gibt's doch nicht. Werden sie es schaffen zu fliehen. Hier ohne steht unter Drogen, deswegen kann er das so gut. Scheiße. Er hat diese Gasmaske auf. Guck dir den mal an, ey. Kann doch nicht so schwer sein, hier zu unserer Yacht zu kommen. Was ist denn hier los? Was sind wir denn für VIPs oder Bodyguards, meine ich? Wir sind VIP-Bodyguards. Hey, jetzt, komm. Okay. Juri und Patrick, rein hier. Rein, go. Nein. Mr. Cherry nehmen wir auch mit, komm. Patrick ist tot. Nein, bleibt euch nicht hier stehen. Wir sind tot. Hä? Wo war der denn? Wir wurden weggesprägt. Oh, die stehen alle auf der Straße. Rägt dich doch nicht auf. Doch. Guck mal, jetzt sind die wieder alle bei uns. Das ist doch scheiße, Mann. Ich glaube, das ist eskaliert. Ich habe keine Probleme, ich habe eine 5 Minuten. Das ist unfassbar, Alter, das ist unfassbar. Katakalo. Was soll das heiß, Mann? Was willst du? Ja, Kevin hat wieder seine 5 Minuten. Ich raste aus. Das kann ich nicht mehr. Ich knippe aus. Ich töte alle. Dafür wird er bezahlt, Dennis, ganz ehrlich. Ich flippe aus. Ich raste. Ich bin tot. Ich raste jetzt, was hier liegt und hau ab. Ich bin tot. Ich kann das nicht aufheben, toll. Dennis, hinter dir. Ja. Jetzt bin ich allein auf der Straße. Komm, nimm das Auto. Ah, ich bin doch nicht allein auf der Straße. Nimm das hier, komm, Patrick. Was soll der Mist? Nein, das ist ein eigenes Auto. Leute, Leute. So, jetzt fahr einfach. Komm, Curry, rein hier. Komm, 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 komm. Fahr, 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 fahr. Fahr, fahr, fahr. Ab, gib Gas, Patrick. Wow. Fahr. Oh Gott, können wir es schaffen. Fahr, 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 fahr. Hinter euch, hinter euch, Auto. Curry. Wo war ihr da hin? Mein Reifen ist kaputt. Alter, Mann. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nur den Nebenfahrer. Wo seid ihr jetzt lang gefahren? Patrick. Ich hab ne Abkürzung genommen. Okay, keine Abkürzung. Falsch. Ich weiß, aber so sind wir die losgeworden. Ja, das ist alles geplant. Wir treffen uns an der Jacht. Okay, es war rechts. Korinavigi mich zur Yacht. Ja. Also, wir müssen noch mal drehen. Die andere Richtung, oder? Scheiß drauf, wir müssen. Go. Gap die Post, Mann. Vollgas raus. Wer sich schafft, zur Yacht zu kommen. Achso, die nächste Gehe-Online-Folge gibt es übrigens erst übermorgen. Also, ab jetzt wieder alle zwei Tage, liebe Freunde. Ach du Scheiße. Damit ihr Bescheid wisst. Go, 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 go. Wir haben euch ja alle in den Welt eigentlich gezeigt. Achso, wir müssen noch nach Winewood. Ich hab noch ein Ferienhaus, liebe Freunde. Da wollte ich euch eine Nöte zeigen. Können wir nachher nochmal mit dem Helikopter rüberfliegen. Fahr mal, fahr mal, fahr mal, fahr mal, fahr mal da. Und neue Modi gibt es auch noch. Nein, 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 keine Ahnung. Ja, genau. Oh, shit, Curry. Boah. Ey, ich hab mal ein bisschen Ruhe hier. Was ist denn los? Ja, wenn ich so unter Stress stehe, dann kommt manchmal... Dann hab ich so meine Attacken immer. Das ist meine Krankheit leider. Ja, das haben wir gemerkt. Deswegen ist... Ey! Warum mal den Lassi an, dann wird die Kopf loswerden. Ich hab keine Kopf. Oh, doch. Puh. Alter, Patrick ist hinter uns. Oh, wir haben Hubschrauber in uns. Ausweichen, ausweichen. Nein! Was machst du denn? Wer ist der Hubschrauber? Scheiß auf der Manfred. Fahr, 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 fahr. No problem. Ah, der Smiley. Fahr, Delitz. Delitz! Fahr, Curry! Ja, du musst fahren. Ich fahr nicht. Ich fahr! Ich sag doch, ich fahre. Achso, achso. Ja. Ich hab nichts gesagt, Chef. Chef! Abgezogen. Ja. Wo ist Patrick? Ich bin hinter euch. Chef! Wir dürfen nicht stehenbleiben, sonst sind wir am Arsch. Wir werden sterben. Ich bin jetzt bei euch. Habt ihr den Heli? Wir müssen uns hier lang hören. Können wir hier lang? Ja, hier lang. Rüber. Ja. Und jetzt einfach geradeaus. Und dann müssen wir... Ah, Chef! Ah, ich verliere die Kontrolle. Also Autofahren müssen wir so noch üben, ey. Das ist wegen einer sicher, dass du fährst. Der Gag hat keinen Führerschein, der denn nicht. Chef! Jetzt da rüber! Alles gut, Curry! Hier rechts, rechts! Hier ist auch eine Leitplanke. Wir müssen über den Felsen. Da, fahrt ihr durch die Lücke da. Hier ist auch eine Leitplanke. Ja. Ja. Da vorne ist es! Ja, ich seh's! Trau'n Mann! Trau'n's Heim, Glück allein! Ja! Jawohl. Das ist ein Jump. Oh. Der Jump da. Okay, go, 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 go. Wir können das packen. Boah, Leute, Leute, meine Autos so am Arsch, ne? Das gibt's gar nicht. Da funktioniert gar nichts mehr. Und raus. Raus. Go, 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 go. Okay, dann fliehen wir mit dem Helikopter zur Jachtdrech. Äh, zur Villa, meine ich. Hilfe, 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 Hilfe! Bis dahin sind wir doch schon längst tot. Chef, wir können das nicht schaffen. Komm, 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 komm! Chef, hinter uns sind tausende Leute. In den Sand stecken. Weil da vorne ist es. Ich glaube, ich tauch schon mal. Falls gleich wieder ein Sniper kommt. Nein. Wir können uns ja nicht auf andere Dinge kommen. Er fliegt ja mit dem Polizei oder durch die Gegend. Ja, super Jump Patrick. Wie geil, oder? Oh, da hinter dir ist noch einer. Pass auf. Wow. Oh Gott. Geil, direkt den Helikopter starten. Ja, 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 ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs hier. Ich bin hier a factory. Chef. Fast geschafft. I'm all there. Und dann klettern wir gerade hoch und wir werden weggesniped. Ever. Du bist tot. Komm, Curry. Oh, oh, ich bring hier den Freund noch mit. Go, 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 go. Könnt ihr den mal töten? Nein. Aber der verfolgt nicht. Wir sind gerade auf der Yacht. Wir müssen den Helikopter machen, Patrick. Wir retten dich. Ja, aber ich... Ja, dann steuern, Curry. Müssen wir den töten. Okay, die Yacht. Na gut, ich hab neue Freunde gefunden. Go, 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 go. Hey, Leute. Ja. Wir kommen gerade mit dem Boot hier. Hey, Hioni, flieh weg, Curry. Der Hioni knallt uns ab. Ey, kannst du mich hier... Nee, der macht gerade nichts. Versuch, mir die Hütte zu nehmen. Ja, aber er will gleich was machen. Nein. Ich markiere unsere Hütte, ja? Wir müssen Patrick erst abholen. Feuerwerk. Hütte ist markiert. Was für ein Happy End. Holt mich doch hier am Boot ab sofort. Ja, lauf nach vorne auf das Deck. Oh, gut. Lauf nach vorne auf das Landepad. Solange fliege ich drumherum. Wenn wir alle bei uns am Heli an der Yacht rumdüsen. Mach einfach die Schütze aktivieren, Dennis. Dann könnt ihr nicht ballern. Stimmt. Gute Idee, Curry. So. Patrick, lauf nach vorne. Ja, fuck. Ich bin falsch gelaufen. Sehr gut, Curry. Das machst du super. Jetzt noch ab zur Villa und dann haben wir Feierabend für heute. Patrick. Okay, ich komme, Patrick. Komm zum Landepad hier oben. Hey, hey, komm mal, komm mal, komm mal. Wow. Was war das denn? Okay. Sehr gut. Reiner, Patrick. Rein, go, go, go. Go, 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 Patrick. Go, go, go. Ja, die Tür. Alles klar, ab geht's. Ab zur markierten Stelle. Tschüss, Jungs. Hör fliegen, hör fliegen, Curry. Nicht, dass die uns wieder abknallen. Boah, es ist ein Tag heute hier. Das ist ja unglaublich. Wir haben es geschafft. Boah. Alter. Ich bin sogar mit Rotor oben dran. Drei Tage gearbeitet und ich kann in Rente gehen. Es war so krass. Aber das ist erst der Anfang vom Ende, denn wir haben noch ganz, ganz viele Aufträge hier bei GDA5 zu erledigen in der VIP-Special-Episode mit dem guten Herrn Peyset und dem guten Herrn Currywurst. Und ihr müsst jetzt in den Kommentaren schreiben, wie machen die ihren Job, gut oder schlecht. Okay, Atna Winewood. Ich lade euch jetzt alles schön auf den Drink in der Villa. Jetzt haben wir Zeit, ob wir mal ein bisschen abschalten können, ne? Ganz ehrlich, also. Und sonst kriege ich gleich nicht nur noch einen Herzinfarkt, ne? Herzkasper vom Feinsten, ey. What a beautiful day. What a beautiful day. A wild world to learn. 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 Warum ist das so ruhig auf einmal? Wo sind die alle? Die kommen noch, glauben wir mal. Weißt du? Hast du denn so einen Atombunker da in deinem Haus? Klar, Mann. Gut. Klar, das ist so ein Stelzenhaus. Dann machen die die Stelzen kaputt. Haben wir auch ein Helipad hier? Können wir auch irgendwie landen? Ja, das Dach. Alles klar. Klar. Ach, hier. Guck mal, hier. Das ist die teuerste Villa, die es gibt. Du, dann einfach mal beim Nachbar auf dem Dach. Wer gesagt ist okay. Ja, genau. Wir machen uns einfach einen eigenen Helipad. Ein Pad, Pad. So, sehr gut. Alles klar, Freunde. Ab in die Hütte. Lass mal in den Pool springen. Zack. Ab ins Pool. Ab ins Pool. Guck mal, ich hab getrunken. Okay, wir sehen uns drin, Leute. Okay. Wir kommen mal mit, ja? Komm, Pad. Reicht mir jetzt. Einfach auf dem Dach vom Nachbarn hier. Hier kommt ein gesprungen. Zack. Ja, ist klar, ist klar. Sehr schön. Endlich mal ein bisschen durchatmen, ey. Wird auch mal Zeit. Jo, ich klinge mal, ne? Ja. Ach, schön. Das ist, weißt du, das ist, das ist abschalten jetzt einfach nur, ne? Jetzt schön wir erst mal auf die Couch legen. Ach, ja. Wo seid ihr denn jetzt reingegangen? Ja, durch die Tür. So wie man in den Häuser reinkommt, Paddy. Ja, durch ne Parkierung. Hast du den Brief in dem auch, oder? Guck dir diesen Ausgang an. Äh, diese Aussicht an, meine ich. Boah, schöner Ausgang, ey. Können wir auch raus hier, können wir auch raus. Wo klingelt da noch jemand? Ja, wer soll das schon sein, ne? Hör mal. Ich finde, dafür hat sich das gelohnt, ne? Ja. Ganz ehrlich, da können wir auch mal hier. Hallo, guten Tag. Ach, das ist ja schön hier mit einer Palme im Hintergrund. So. So. Zack. Oh, erst mal entspannen, ey. Oh, ja. Rupert ihr mal hin durch. Rupert ihr hin durch. Oh, guck mal, hier ein Kamin. Der Kollege, der weiß, wie es geht. Oh, schick. Er hat den das alles designt, hör mal. Das war die Tine Wittler, hör mal. Echt? Ist die ja einmal durchgerollt, oder was? Ja, ja. Schick. Boah, guck mal, hier unten, das Schlafzimmer, Mann. Kam die mit der Dampfwalze, ey. Und dann hat die erst mal hier das Haus umgeräumt, ey. Boah, das Badezimmer, Alter. Ja, da komm ich schon mal runter, ne? Boah, der hat ja sogar einen Wandwasserfall. Boah, da spritze ich im Streifen, ne? Wandwasserfall. Da spritze ich im Streifen. Was ist das denn hier? Guck mal, der hat noch ein Schlafzimmer. Ach, das ist sein Schlafzimmer. Ja, schick. Schick, schick, schick. So einen Wandwasserfall hätte ich ja auch gerne. Ja. Ja, ja, ja. Sicher das. Ja, schön, Leute. Guck mal, der geht hier einmal durch der ganze Stock. Alter Schwede. Geben wir uns im Wohnzimmer nochmal. Ach, guck mal hier, der hat hier sogar... Ach hier, jetzt weiß ich auch, womit der das ganze Geld verdient hat. Ich dachte, das wäre legal. Ich wusste gar nicht, dass der hier die Überfälle geplant hat. Ja, der war das hier. So sieht's also aus, mein Freund, ne? Leute, wir müssen uns mal hinsetzen. Ja, ja. Boah, ich hätte nicht an dem Ding ziehen sollen. Ja, meinem Ding sollte man niemals ziehen, Patrick. Meine ich doch gar nicht. Ich meine an dem Ding da hinten. Naja, das Ding ist auch von mir. So, dann erstmal hinsetzen hier, sonst komme ich da oben. Ich nehme den... Ich nehme den... Ach, geht gar nicht. Scheiße. Ah, nein. Ja, gut, dann ziehen wir an. Ja, Patrick, zieh da nicht dran. Ich glaube, das ist nicht so gut. Boah, es flimmert bei mir jetzt alles. Schön. Chef, ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Ah, Jungs, wir haben aber noch viel zu tun. Wir müssen auch die Ärmel hochkrempeln und noch richtig viel Arbeit leisten. Wie sieht ihr denn aus, Chef? Was sagen sie denn zu uns? Also, ich bin in letzter Zeit sehr oft gestorben. Ja, das liegt aber auch daran, dass sie immer das Weite suchen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber sonst bin ich eigentlich rundunglücklich. Ja, das ist doch schön. Die Yacht steht draußen. Hör mal, was macht hier die Probezeit? Sag mal kurz ruhig. Was denn? Kopter fliegt um meinem Haus herum. Ach, du Scheiße. Guck mal, haben wir die Probezeit nicht verstanden? Ach, du Scheiße. Wir müssen noch weiter kämpfen, liebe Leute. Ach, so eine Scheiße. Echt? Aber jetzt gucken wir auf den Fernsehen. Ach, gut. Ja, ein bisschen Fernsehgucken, das ist immer schön, wenn ich in meinem Mund bewege. Wir sehen uns dann wieder übermorgen bei der Nacht in Folge. Ja, schick. Und einen weiteren Abenteuer. Schön mit dem guten Curry und dem Payset und vielleicht noch anderen Teilnehmern. Wir brauchen mehr Bodyguards. Macht einen Daumen hoch, wenn euch diese Reise gefällt. Ich habe mehr Bodies und mehr Garten. Übrigens habe ich gerade eine Riesenbong gekauft. Wohin? Tschüss. Tschüss, Freunde.